Sierv... Ich hab Schlucke auf. Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Akinator. Und ich hab mal wieder einen Kommentar gekriegt, nämlich vom Gandalf. Der fertige Ehrenmann, der schreibt oft Kommentare. Und er hat gefragt, ich hab eine Frage. Warum wichtig, aber trotzdem Like? Danke für den Like. Und man muss auch mal das Kleingedruckte lesen. Das hier ist das Thumbnail. Es ist jetzt nicht unbedingt Kleingedruckt, aber... Oder nicht? Wer lesen kann, ist klar einfach... Ich muss euch sagen, ich hab einfach kein... keinen... keinen coolen Titel oder ein cooles Thumbnail gefunden, hab ich mir einfach gedacht, ja cool. Wichtig, oder nicht? Ähm... Aber, ich muss sagen, 28 Abonnenten. Danke. Es freut mich. Äh... Aber jetzt erstmal wieder zu Akinator. Schuh. Ähm... Und jetzt würde ich sagen, los geht's, Mr. Bean. Auf geht's. Äh... Ist deine Figur weiblich? Hm. Nein. Äh... Kommt deine Figur aus Deutschland? Ja. Oder? Ach, egal. Wurde deine Figur doch YouTube bekannt? Nein. Ist deine Figur älter als 36? Ja. Ist deine Figur bereits verstorben? Nein. Der Schauspieler hat erst einen Kinofilm rausgebracht. Tony English. Ich hab keine Ahnung, wie gut er ist, sonst würde ich ihn euch vielleicht empfehlen. Äh... Ist deine Figur berühmt? Ja, würde ich schon sagen. Hat deine Figur etwas mit Musik zu tun? Eher nicht. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Nein. Ist deine Figur in der Politik? Nein. Hat deine Figur eine Tochter? Nein. Lebt deine Figur wirklich? Nein. Kommt deine Figur in einer Kindersendung vor? Ja. Trägt deine Figur einen Bart? Nein. Ist deine Figur ein Tier? Nein. Hat deine Figur rote Haare? Nein. Ist deine Figur ein Mensch? Ja. Hat deine Figur einen dicken Bauch? Nein. Eher nicht. Trägt deine Figur etwas auf dem Kopf wie eine Mütze, Hut oder Krone? Nein. Bitte. Ist deine Figur erwachsen? Ja. Oh Mann. Ist deine Figur nett? Ja. Lebt deine Figur in Deutschland? Nein. Hat deine Figur schöne Bauchmuskeln? Nein. Besitzt deine Figur ein Auto? Ja. Das komische da, das grüne, glaube ich. Erscheint der Name deiner Figur im Titel der Serie? Ja. Hat deine Figur ein Teddy? Ja. Und? Dann ist es ja. Ja, es ist der Schauspieler. Der, äh, nein, nein, ich will, ja, ich will Mr. Bean rauskriegen. Lädt deine Figur jeden Tag um 12 Uhr ein Video hoch? Nein. Hat deine Figur schwarze Haare? Hat Mr. Bean schwarze Haare? Nein. Macht deine Figur Kämpfe? Nein. Ist deine Figur im Duo zu sehen? Nein. Nein. Ist deine Figur eine Zeichentrickfilm-Figur? Ja, irgendwie auch. Trägt deine Figur einen Helm? Nein. Äh, war deine Figur schon in den 80er Jahren bekannt? Oh, ja, es könnte sein. Nein, oder? Ja, nein. So alt ist er nicht, oder? Ist er so alt? Ich sag einfach ja. Scheiß drauf. Kennst du den Namen deiner Figur? Nein. Stammt deine Figur aus einem osteuropäischen Land? Ich weiß nicht, ich bin nicht gut in Erdkunde. Entschuldigung. Trägt deine Figur einen Bart? Nein. Hast du schon mal gefragt übrigens. Hat deine Figur etwas mit Barbie zu tun? Nein. Ich glaube, ich brauche Donald Trump und Spider-Man gar nicht mehr. Besitzt deine Figur einen Hund? Äh, nein. Kommt deine Figur aus Europa? Ja. Kommt deine Figur in einen Zeichentrickfilm? Ja. Und? Hä? Nein, danke. Ist deine Figur weiblich? Nein. Ach, ist deine Figur bereits tot? Nein. Ist deine Figur älter als 26? Ja. Ist deine Figur ein Politiker? Nein. Und deine Figur in Deutschland? Nein. Hat deine Figur etwas mit Sport zu tun? Nein. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Kämpft deine Figur gegen gegen das Böse? Nein. Ist deine Figur böse? Nein. Schaut deine Figur aus dem Zeichentrickfilm? Ja. Hat deine Figur ein tierisches Aussehen? Nein. Spielt deine Figur bei den Simpsons mit? Nein. Ist deine Figur zur Zeit verheiratet? Weiß ich nicht. Lebt deine Figur in Amerika? Weiß ich auch nicht. Äh, erscheint der Name deiner Figur im Titel der Serie? Ja. Ist deine Figur weißhaarig? Nein. Jetzt bitte. Trägt deine Figur einen Helm? Nein. Ist deine Figur Matrose oder Pirat? Nein. Trägt deine Figur Schuhe? Ja. Kommt deine Figur aus England? Weiß ich nicht. Äh, hat deine Figur Haare? Ja. Trägt deine Figur etwas auf dem Kopf wie Mütze, Hut oder Krone? Nö. Eigentlich nicht. Hat deine Figur schwarze Haare? Weiß ich nicht. Hat deine Figur schöne Bauchmuskeln? Nein, das besitzt deine Figur den Führerschein. Ja. Hoffe ich. Sonst dürfte er nämlich nicht Auto fahren. Okay. Hat deine Figur einen Teddy? Ja. Und? Junge Johnny English hast du... Ja. Okay. Ich lass's gelten. Einfach, dass wir weiterhauchen können mit Donald Trump. Bis gleich. Ich hab jetzt auch den Einzelknopf für die Soundtaste benutzt. Find ich gut. Ähm, und jetzt machen wir weiter mit Donald Trump. Spielen bitte. Wer wird er ihn dieses Mal erraten? Ich weiß nicht. Ist deine Figur weiblich? Erste Frage verkackt. Was ist denn das für ein Loser? Ist deine Figur älter als 35? Ja. Ist deine Figur Schauspieler? Nein. Hat deine Figur ein Handy? Ja. Jeder Mensch hat Handy. Ist deine Figur in den USA? Ah. Äh, regiert deine Figur zur Zeit ein Land? Ja. Was? Ist es, ist es, ist es dein Boah! Ja, tolles Bild. Schau, ob ich das finde. Äh, aber, boah, ja. Krass. 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 Du bist echt, ja, das haben anscheinend echt viele Leute gesucht. Okay, dann gleichst du jetzt den Mr. Bean wieder aus und dann machen wir weiter mit Spider-Man. Okay, Spider-Man, los geht's. Ich fürchte, dass der den auch sehr schnell findet. Existiert deine Figur wirklich? Nein. Oder doch? Äh, macht deine Figur Kämpfe? Ja. Ist deine Figur maskiert? Ja, würde ich mal schon sagen. Ist deine Figur böse? Nein. Hat deine Figur in Spider-Man mitgespielt? Ja. Trägt deine Figur einen Bart? Nein. Wohnt deine Figur in Berlin? Weiß ich nicht. Lebt deine Figur in New York? Weiß ich nicht. Hat deine Figur einen kleinen Bruder? Nein. Mag deine Figur den Sommer? Hä? Hatte deine Figur schon einmal ein Hautproblem in einem Film? Ich weiß nicht, ob man das als Hausproblem hat. Ich habe nicht sehr viele Spider-Man-Filme geguckt. Äh, weiß ich nicht. Hat deine Figur etwas mit Marvel zu tun? Yes. Klettert deine Figur gerne? Ich würde schon sagen. Spielt deine Figur in der Zukunft? Nope. Ist deine Figur dunkelhäutig? Nein. Hat deine Figur schon einmal lange Haare getragen? Nein. Hat deine Figur etwas mit Klettern zu tun? Irgendwie schon, ja. Trägt deine Figur immer schwarz? Nein. Ist deine Figur größer als ein Meter? Ja. Spielt deine Figur in einem Kinofilm? Ja. Und Spider-Man Peter Parker. Okay. Ja. Das Redig. Ein Applaus dafür. Also, den Mr. Bean. Da hast du echt lang gebraucht. Donald Trump. Sehr schnell. Äh. Ja. Das war's dann schon mit dem Video. Äh. Somit würde ich sagen, schau dir in der Videobeschreibung vorbei, da sind ein paar coole Sachen verlinkt. Und somit würde ich sagen, das war's mit dem Video. Liken und abonnieren nicht vergessen. Und somit Ciao. Tchuu. 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 Tchuu.